Arbeiten ist scheiße! Braucht ihr noch Beweise? Arbeiten ist scheiße! Braucht ihr noch Beweise? So, oder Weihnachtsgeld einfach, Mann. Weihnachtsgeld? Ja, Weihnachtsgeld! Wo, 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 wo! Hey! Was? Wir brauchen mehr Geld, Mann! Streit! Wenn du das bei Instagram hochlegst! Streit! Alter, ich verklag dich bis in Grund und Boden, ich kenn die besten Anwälter an! Ja, gucken wir ja, gucken da! Wenn auf hier mit Puck ausgeliehen! Ihr sollt... Arbeiten, Alter! Hey! Nix da! Raus hier! Ja, Mann! Wir selber arbeiten! Arbeiten, Alter! Arbeiten, Alter! Arbeiten, Alter! Arbeiten, Alter! Und du hast auch zu filmen, ey! Das geht jetzt gar nicht! Jetzt heute... Arbeiten, Mann! So! Fertig!